auch noch flugzeuge weil du siehst du welche ich komm ja 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 die wollen dazu und die wollen zum loot drop wäre zack 150er keine pfung an den schnauze der hat nein holen die achtiger das was haben wir komplett ja er so dumm gespielt von mir ich hätte direkt bauen müssen aber hat er ein 150 oder 50 50er ich dachte 150 deswegen bin ich auch direkt drauf gegangen jungs kommt mal her das warst du mir komplett das hat nur so wo es heute auch mal kommen oder kein bock jetzt mit tamper rein da hatten 104 oder kommt noch einer von hinten was der eines worten ja was ist mit al die eine deines wir zu wollen ich habe auch so lächerlich gespielt 19 leben der andere hat der andere hat aber 200 leben also ja leider war so wollen schon alter 0 so dumm von mir das ist wieder komplett Wasser jetzt Was STOP 2 h 8 Ah ja, mach kein Auge. Nein, mach kein Auge. Ah ja. Okay. Lass mal Fatal alle zusammen. Ganz entspannt. Hm. Jo. Ja, da kommen welche mit zur Fäße, glaube ich. Ja. Ein Team kommt auf jeden Fall da mit. Einer landet Lonschicken. 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 Dann landet einer. Mein Gott, Digga. Bisschen Spassi. Einer geht Main. Oh, Kevin. Ah, Kevin ist da hinten. Ja, Moin. Och. Geil, Digga. Ich habe... Nööööööööö. Ah, Digga. Bester Loot aller Zeiten. Alter ey. Ich... 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 Liebes Digger. Ich komme ich komme. Ja. Wo ist der Hunderson? ja nur tamper du kannst du sie pushen der hatte 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 noch hatte ich hat schauen genau warte nicht nicht finischen ich brauche den warte warte ja kommt noch einer wir haben das der war auf jeden fall nicht drauf tako holen wir da draußen hinter die runde kann man naja das war es dann wieder komplett ach mensch okay eigentlich sind die so lost push einfach jetzt ist die runde sie gefickt schade ja mein aim war auch nicht das beste würde ich mal sagen ja mein tod war eh am dümmsten alter schießt acht raketen auf mich älter ich stehe hier einfach auf ähre ja ja normal auf ehre rechner lol ok mh 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 Ja, alles easy. Oh moin. Hab gar nichts gesehen, dass hier welche mitgelandet sind. Auf jeden Fall nur einen hab ich jetzt grad gesehen. Gleit die Lü Lü. Na ja, ehre. Kuss. Ah. Ja, ehre. ah moin jungs ich hab ein rpg ok irre so nice Das war's. Oh, was? Lächerlich. Ja, hier ist kein Flugzeug. Ich gehe als Campingplatz. Oh, mein Inventar geht auch mega fett. Oh, ne, wir gehen mit 7 Schuss. Oh, ja. Ach. Die Campingplatz 7, das ist jetzt die Frage. Die Kiste kommt, die ich liebe. Den Deagle habe ich. Na, den AK habe ich noch nicht. Ach, du scheiße. Ich habe zu viele Muni-Kisten. Das ist geil. Aber kein. Ja, Ehre. Oh, shit. Bei Tomatotown waren Flugzeuge, aber die haben mich nicht gesehen. Die sind gerade losgeflogen. Die haben Tomatotown so auseinandergenommen halt mit den Mets. Das ist krank. Chuck, Chuck. Kann ich hier raus verkaufen? Kannst du Minis mitnehmen? Einmal. Schluck. Junge, ich kriege den. Ne, das ist so oft. Chuck, Chuck. Hilfe. Jaja. Es sind schon ab, die Teil Uno? Bei dem Wohnwagen. Sehr gut. Wow. Oh. Oh. Geht die Flugzeuge dann hin? Hinter mir! Ja. Ich hab' mitbekommen. Fick verdammtlich. Paul? Ja? Ich krieg' halt noch'n Hit, Digga! Ich krieg' halt wirklich noch'n Hit, Digga! Ich bin auch zu durch jetzt. Oh, mein Gott! Er ist bei mir? Ja, lass' mal, lass' mal sonst'n Raiding rein. Geht's hier durch, Jungs, mit'n Jump Head. Und bei dir? Sauber. Hat jemand'n Mini? Hat jemand'n Mini-Shieldy? Ja, ich hab' fünf Stück. Und zwei Biggies hab' ich auch noch. Kann mir jemand hier'n Mini-Shieldy? Ja. Und hier? Danke. Ah, ja, danke. Okay. Okay, easy. Ich bin jetzt voll mit Metz. Also Stein und mit, äh, Stein und Holz. Neu, ich hol' mir vor Holz die Pump. Goldene. Ja. Wie jemand, ne blaue Pump? Ja. Okay. Auf jeden Fall, Digga. Sonst oder? Warte, ich mach' auf Ehre. Ja. Auch das wollte ich gar nicht. Warte, nein. Ja, je-wie, danke dir. Aber, äh, wie viel Holz hast du denn jetzt auch? Noch 300. Aber ich hab' voll Stein, Digga. Alles easy. Ich farm' hier die ganze Zeit an. Ach. Ah, ja, moin. Alles easy. Komm, lass mal wieder zu den Gegnern hin, Digga. Ich will hier zu... Ah, komm. Ehhhhh. Ja, ja. Ich schieße auch gar nicht mehr, Digga. Oh, PTF. Ich hab' den Gold-Behre bekommen. Alles, wir haben alle fast eigentlich die neue Pump so gefüllt. Das ist sehr gut. Wir können zu The Block. Ja, lass' du The Block gleich. Du hast'n noch erklärt? Du hast'n selber irgendwas... Ah, nee. Leider nicht. Nee, nee. Ah, F**k. Ich hab' den Shark Shark. Okay, nice. Ich bin jetzt auch wieder voll mit Holz. Oh. Easy. Und ich hab' noch ne Diegel. Ich kann immer aufdiegeln. Oh, ja. Da seh' ich noch ne Kiste, Digga. Ja. Müssen jetzt halt safe spielen. Auf ganzem Spann wirklich noch turtlen. Ah, hinten. Warte. Hier fährt jemand mit'n Quad, Digga. Nein, wir könnten auch auf safe da hinten zu den Rifts und mal schauen, wo die Zone dann ist. Ich geh' da hinten auf jeden Fall hin. Weil da hat man auch noch Möglichkeit dann wegzufliegen. Und die Häuser sind ja auch ungelootet hier. Auf Ehre. Hab' hier noch ne blaue MP bei mir. Oh, mein Gott. Ja, dann hier. Wir gehen sowieso gleich zu den Rifts. Dann können wir ja schauen. Hier in nem Haus. In nem ersten. Ne. Doch. In nem ersten Haus. Oder zweiten. Okay. Easy. Und ich hab' noch nen Loot Drop hier vorne gesehen. Wollte ich mir auch. Oh. Ah, ja. Halt die zweite Kiste da hinten. Äh, in dem Haus. Ja, bis auf meiner AR-Zuliegelüchter geht. Schau da einfach gleich. Ich hab' auch ne Ocke. Oh. Okay. Ah, ich hab' nämlich ne grüne AR. Das ist jetzt so lecker. Hm. Hm. Ja. Ja. Ah, ja. Oh, danke dir. Ah, ich weiß auch von wo. Geh' mal hier hoch. Ein Meter. Ah, ja. Ah, ganz close. Ganz close. Ja. Ja. Ich komm. Oh, keine Zeit für den. Ich seh' den. Ah. Der Fallscham sein Daddy will kommen in diesen kacken Ding hier. Loot. Das sind auch noch mehrere, ne Loot. Leute, ich brauch' Hilfe. Na moin. Ja, die gilt. Das ist der beste Spiel aller Zeiten. Jungs, die echt. Ja, ne, er ist durchgekommen. Na. Komm, Tako, schieß. Schieß. Hm. Der setzt meinen ganzen Loot. So viel Metz und so. Ihr müsst eigentlich da... Ach, Digga. Alter, ja. Ich merk's. Da sind Biggys. Ich geh' ihm schack, schack, Jungs. Ach, Tako. Das machst du mir wieder komplett. Okay, nice. Einer ist da noch. 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 Ah. Oh. Gönnt euch erstmal leben, gönnt euch erstmal leben. Ja. Bei meinem Loot waren auch noch zwei Biggys und Vollmetz. Also hatte 999 Holz und Stein. Bei der oberen, also wenn man da bei der Parameter hochläuft. Ja, ja. Geht da zu meinen Loot, Jungs. Geht zu meinen Loot. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Oben drauf, wenn man... Wenn man ganz normal hochläuft bei der Pyramide. Bei der... In der Nähe von der Spitze. Also du musst einfach gleich an der Seite da hochlaufen. Ja. Aber da wo das ganze Gebaute ist. Da gleich. Okay. Halt. Du musst jetzt gleich rechts lang. Rechts lang. Ja, auf dieser Seite ist es dann. Und dann hast du... Oh nein. Ich kann jetzt... Oh, Alter. Digga, was machen wir? Ich mach so viel auf. Ich kann jetzt... Alter, das war... Das war halt Todesurteil hinzugehen, Digga. Null. Da. 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 Okay. Ah. Mann, Jubel, wie nimmt das auf Lila da Gold? Ich muss jetzt mal heilen. Da sind noch... Noch mehr... Ah, hier sind noch Minis, ja? Ja. Ah, hier ist die goldene. Ja. Okay. Das müssen, glaub ich... Ja. Ja. Warte. Es ist in der Pyramide irgendwo drin. Da sind noch Minis. Auch noch auf ganz gespannt. Ja, warte mal. Warte. Jetzt. Okay, der ist... White gleich. Jemand hat zwei Hits. Zwei Firmplätze, ne? Jemand hat zwei Hits. Ja. Oh, der macht wieder ein Auge da oben, ne? Einen kleinen... Fixing da. Shit. Shit, die Sonne kommt. Du musst in die Sonne. Mal. Ja, gib mir halt noch ein bisschen rein, Digga. Ja, ey. Die sind... Die sind... Die sind... Ich fick die ist... Kaff hier, Alter. Geh unten rein, geh unten rein. Ja, ey, Mann, Junge. Könnt ihr mal auf, ein Auge zu machen? Ihr kleinen verwichsten Kinder, Alter. Ich fick eure Mütter, Alter. Ich mach so'n kleinen Noten so'n Auge. Pass auf, du wirst sonst gelasert. Okay. Nice, nice, nice. Direkt finischen. Hat er grüne Haltung? Hat er... Shit. Shit, lass runter. Geht ins Labyrinth. Digga. Ruhig sie raus. Der... Der eine zieht durch. Ah, da sind auf jeden Fall noch ein, äh, anderes Team. Ein halbes anderes Team. Die Feinden da oben. Ihr müsst jetzt in die Sonne. Geht schon mal in die Sonne jetzt. Damit ihr so'n Vorteil habt. Oh, Junge, wo geht's denn hier lang, Alter? In der Nähe sind welche bei euch in der Nähe. Aufpassen. Passt auf. Guckt hinter euch. Guckt hinter euch. Okay. Macht das, macht das, macht das, Jungs. Baut euch gleich was, baut euch. Ja, er hittet mich halt wirklich, Digga. Ja. Die hat... Die hat solche Troy Hearts. Pass auf, die kommen mit, äh, Jump Head. Der ist, glaub ich, nur noch alleine, der eine. Der ist alleine. protosterium Ja, das ist genau für die Eure. Der eine. 71 Fallschaden. 71 Fallschaden. Und der eine? Der andere? Der andere. Der andere. Ja, der andere. Will zum Loot Drop. Schieß in den Loot Drop rein, genau. Auffassen, der andere will gleich, naja. Ah, scheiße, er hat diese Tatwerk gemacht. Egal. Aber bau dich einfach. Eigentlich müssten die anderen mit dem anderen fighten. Okay. Da bleibt er erstmal, die fighten da gleich. Da sind nämlich noch andere Teams. Das ist gut, das ist gut. Nice. Die sehen dich nicht, die sehen nicht, dass er, dass er auch so bleibt. Gut so. Nice. Let's die fighten, lasst die fighten. Nice. Der ist unter. Oh mein Gott. Nein. Er hat 3 HP, er hat 3 HP. 3 HP, Nasenbluten. Du hättest mit dem Digi-Shot treffen müssen, aber egal jetzt. Ja, 8 war's, Alter. Oh mein Gott. Schade, war echt knapp. Okay. Okay. Nächste Runde. Hey! Hey! die waren da absolut oben drauf die hunde aber das ist doch immer so offen man wird so schnell gelasert das die aber gefickt digger du hast du gut geplagt es ist egal egal werden gut um xp so schlechten spieler wollen wir ja kann man machen wie sie wieder die gute ok easy so ein noob wieder im endgame alter ich kann sagen dass ich solche lappen und weit kommen das ding ist ich habe noch geschossen am ende aber dann war ich schon tot ja von der zone von der zone ich habe noch ein schuss abgelassen aber ich krieg dann wieder sofort gestorben da waren nur so noch nur so groß ist ich hatte schon ja ne digger ich bin nicht so ein rpg schlösser ich heiße nicht tako der sieht dann immer selbst weg springt am ende was da vertraue ich lieber auf mein aiming das ging ja 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 Ja, warum kann ich das mal wieder runter, ey? Habe ich vorher halt da wieder gedacht? Ey, das ist ja so ein gespanzer Job. Das ist zu stark, hä? So ein verficktes Flugzeug. Oh mein Gott. Hm, Mann, Alter. Alter, ich bald jetzt grüne Heilung. Scheißegal. Ich würde sowas, wenn wir jetzt grüne Heilung weilen. Okay. Okay. Okay, cool. Okay. Okay, cool. Okay, cool. Okay. Okay. Hm. Okay. schwarzer schwarzer was ist ein kleiner dreckiger familien vater digga der seine scheiß kinder geschwitzt oder und natürlich zeig deine fresse ich hab ja also dass ein oder zwei leute drei leute von überall ja absolut gelasert wie hundeschein diesen tag nicht bei mir gelandet aber diesen drüber gekommen zu mir glaube ich von tomato habe ich so das gefühl auf einmal war nur der lebkuchen da und dann auf der anderen seite so auf dem berg kamen die anderen drei heute ist mein tag mit dem aiming die waren halt da ja ich hatte auch gerade noch ein quart egal tf tk so komm jala und 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 wo waren die der foul Werdet ihr gleich sehen, warte. Ja, die sind da immer noch. Ich habe keinen Ballertschirm auf die. Ok, sauber. Ja, die sind da noch. Hey, what? Gönn dir einfach den Slurp einfach. Gönn dir einfach. Nein, 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 natürlich. Doch. Warte, ich mach Jumping. Ja, guck wie die direkt flingen. Nein, hier. Komm, Taco, du lenkst die ab. Komm, Taco, der ist eigentlich so schlecht. Ah ja. Das hört sich irgendwie perverser. Ja. Ehrenmann, Digga. Ehrenmann, Alter. Ging so ein Noob Squad. Was ist das? Armin. Das sind, glaube ich, absolut die Kanacken. Ja. Aber sie haben schon Hurensohn gespielt, richtig Hurensohn. Ja. Ja, da will ich ja ein Abschießer auf einer Schritt. Lennart von meinem Linz und ich schieße ihn ab, Alter. Dann mit dem Fighter unten, weil nein. Glühweinagenten, Alter. Mein Gott. Ah ja. Ja, da kann ich mich auch losgehen, oder? Ja. Ja. Ha Ha. Mit der Lampe denn drauf. So, jetzt passiert, Digga. Da kann ich mich nichts. Na ja, ich hab halt immer Pech, Digga, irgendwie jetzt heute, sonst hab ich eigentlich nie Pech, aber heute fühl mich das Spiel irgendwie nicht. Nein, ist nicht. Ja, irgendwie so. Ah, da leuchtet eine Lampe. Die Ehre in Jerome zu sein. Was will denn du? Hm. Lass du's... Salty. Ne, zu Retail, zu Retail. Ganz entspannt. Mal schauen, ob's klappt. Mein Jerome-Scan wird jetzt rasieren. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Schau mal die Schnauze. Ich geh ins Hundehüttenhaus. Irgendwann nach hinten. Da wirst du kein Auge machen. Ah! Fuck, ist auch nicht der der Auge. Fuck, ist der Glamberer. Bruder. Muss groß. Jaaaah! Spassi! Hier ist ja jemand. Der war's Auge. Ach du, wer hat die Balance? Achso. Oh man. Okay, ich nehm jetzt die Sniper. Ich versuch's jetzt mit der. Scheidehütter, Alter. Digga, da wollt direkt mal so'n los in Auge machen bei mir, aber... Ja. Ja, ein, zwei Gegner sind doch... Ja, komm. Aber die machen ernst mit Dings, mit Granaten? Ah ja. Ja. Ja, kommt deswegen. Lass da ein. Ah, Taco. Okay. Noch 108 DC. Ah ja, sauber. Taco, das war's dann wieder komplett. Ah ja. Daumen drauf! Beide sind weak. Beide sind weak. Alle sind weak. Alle sind weak, Junge. Ja, du bist schuld. Fick dich, Lennart. Ich hätt' ihnen helfen müssen. Ich hab' einen guten Maid verloren, gegen dir. Der eine wird wiederbelebt und die anderen sind sowas von One-Shot. Ah, warte mal. Ja. Und Quickscope jetzt raus, einmal nach. Oh. Mann, Männer. Warte? Nein! Oh. Mit uns? Der Freak. Ah! Er baut ne! Ja, ey, ja! Er baut ne! Ja, ey, ja! Er baut ne! Ja, ey, ja! Schönen waren... Schönen wir nicht baut, Digga! Schönen wir nicht baut, Digga! Schönen wir nicht baut, Digga! 30 Leben, und... Spasti! Ach, schade. oh mein gott alter dreck spiel ja sonst ziehe ich auch glaube ich durch ich gehe heute waren irgendwie nicht mein tag keine ahnung vielleicht dann morgen wieder gut dann ziehe ich auch durch haut rein und macht euch noch einen schönen abend ciao stream ich jetzt auf dumm gelaufen jetzt die runde ja moin und heute ist nicht so mein tag habe ich so das gefühl ciao haut rein wir hören uns morgen